Was kannst du nicht machen? Komm, schau, bitte. Mach das nicht. Mach das nicht. Nein. Du hast ein Spiel auf der zweiten Reihe. Wie ich sehe, sind die Ladies endlich fertig mit ihren Spielern? Unser Glückstag. Guten Tag, Sir. Fahrzeugpapiere und Führerschein, bitte. Ich habe alles gecheckt. Wo wollen Sie hin? Sir, stellen Sie den Motor ab. Stellen Sie den Motor ab! Nein! Sehr beeindruckend, Leute. Das ist Millionen von Dollar wert. Rufen wir die Kavallerie. Das kann ich nicht. Lass es nicht so weit kommen, wie mit ihm. Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Die Büschle ist groß und du hast nur ein paar Koordinaten. Das schaffst du nicht allein. Die haben gesagt, sie bringen meine gesamte Familie. Die haben mir ein Bild von meiner Mom im Postamt geschenkt. Sag mir, was du da tun würdest. Charlie 36 an 700, bitte komm. Verstanden. Nein, 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 nein. Komm zurück! Ich kann Weicheier und Verräter schon von Weitem reden. Halt den Scheiß mal! Denkst du, du wärst der Einzige? Kommen Sie zur Polizeistation zurück, sofort. Ich habe schon schreckliche Menschen, schreckliche Dinge zu uns sehen. Unser aller Willen sorgt dafür, dass er das nicht überlebt. Unser aller Willen sorgt dafür! Flodest! 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 Vielen Dank.